Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Lektion 101 aus Ein Kurs in Wundern Heute beschäftigt uns noch einmal das Thema Glück. Und die Lektion sagt, es ist eine Schlüsselidee im Verständnis dessen, was Erlösung bedeutet. Immer noch glaubst du, sie verlange Leiden als Buße für deine Sünden. Dem ist nicht so. Das Thema Sünde ist ein Thema, das ganz tief in uns verankert ist. Und das auch einer Logik folgt, die uns sehr vertraut ist, auf die wir uns auch irgendwie verlassen in unserem gemeinsamen Leben. Wenn irgendjemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist, wobei dieses nicht in Ordnung durch gesellschaftliche Konventionen definiert wird, dann muss er dafür eine Strafe erhalten. Und erst wenn die Strafe irgendwie abgegolten ist, dann darf er wieder teilnehmen und ist wieder mehr oder weniger anerkannter Teil der Gemeinschaft. Das ist eine Logik, die, ja, für uns selbstverständlich ist. Und der Kurs sagt, wenn es diese Sünde wirklich gäbe, dann müsste es auch so sein. Und damit kommen wir zum Kernpunkt. Der Kurs sagt, es gibt diese Sünde nicht wirklich. Es sieht für uns nur so aus, weil wir in einem Traum sind, der sehr, sehr wirklich für uns ist. Denn wir spüren alles, wir schmecken alles, wir riechen alles, wir erfahren Freude, wir erfahren Schmerz. Es ist alles da und ist absolut echt in unserer Erfahrung. So, und was machen wir jetzt damit? Einerseits ist die Erfahrung eine sehr, sehr reale und andererseits heißt es, wir können einfach glücklich sein. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Sünde, die wir einmal begangen haben, indem wir uns von Gott getrennt haben. Es ist nie geschehen. Wir träumen uns das gerade zusammen. Es spielt sich alles nur in unserem Geist ab, als Idee, als Simulation. Das können wir aber so einfach nicht glauben. Dafür ist es viel zu echt. Das weiß der Kurs auch. Und deshalb bittet er uns, dass wir die Übungen machen, weil das unseren Geist heilt und wir damit die Projektion, die wir permanent machen, die wir durchführen, verändern. Und das ist sozusagen die schöne Welt, von der der Kurs immer wieder spricht, die wir dann erleben, weil die Liebe projiziert, wenn man das so ausdrücken möchte. In der Lektion heißt es dazu, du brauchst die Übungszeiten heute, die Übungen lehren, dass Sünde nicht wirklich ist und dass alles, wovon du glaubst, dass es aus Sünde entstehen muss, niemals geschehen wird, weil es keine Ursache hat. Und weiter werden wir daran erinnert, dass Gottes Wille für uns vollkommenes Glück ist. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Und auch hier weiß der Kurs, dass diese Angst eben durch diese Verknüpfung mit der Idee, die wir von Sünde haben, sehr tief in uns verankert ist, dass wir es nicht so leicht loslassen können. Deshalb ist es so wichtig, immer und immer wieder die Lektionen zu üben, die Leitsätze zu sprechen. Denn Worte haben Macht. Worte haben eine Wirkung auf unseren Geist. Und die Worte, die der Kurs für uns bereithält, sind Worte, die den Geist heilen können, wenn wir uns dafür öffnen. Und vielleicht kannst du im Vorfeld der heutigen Übung einmal schon spüren, dass du vertrauen kannst. Vielleicht möchtest du schon jetzt deine Aufmerksamkeit nach innen richten, falls du das eh nicht schon getan hast. Und spüren, dich selbst wahrnehmen, den Raum in dir und dich automatisch verbinden mit deinem Einem Selbst, das die Gedanken für dich bereithält, die wahre Gedanken sind. Und du spürst, du kannst vertrauen. Du kannst dich darauf einlassen. und das ist die Grundhaltung, mit der wir diese Übung für die heutige Lektion machen sollten. Und wir starten damit jetzt auch gleich durch. schenke dir wieder fünf Minuten Zeit für den Dialog mit dir selbst und dem Heiligen Geist oder der Schöpfung, wie du möchtest. komme ganz an in diesem Moment, der alles enthält und sprich folgende Worte Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es gibt keine Sünde, sie hat keine Folgen. und wiederhole die Sätze gerne noch einmal. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es gibt keine Sünde, sie hat keine Folgen. Und wenn ablenkende Gedanken auftauchen, sei sehr bestimmt und gehe nicht in diese Gedanken hinein. Sage das interessiert mich jetzt nicht. Und wiederhole noch einmal den Leitsatz Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Und spüre dieses Glück. Du kannst das jetzt wahrnehmen. du bist jetzt in diesem Moment völlig ohne Urteil, völlig ohne Meinung. Du bist glücklich. Es gibt keine Sünde. Kannst du das jetzt spüren? und beachte die ganzen Ja-Aber-Gedanken nicht. Fühle, spüre, bleib in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Es gibt keine Sünde. und sage jetzt einmal, wenn du möchtest, Heiliger Geist, zeige du mir deine Sicht auf Sünde und spüre einmal, vielleicht kannst du die Antwort schon wahrnehmen. Es könnte sein, dass du reine Liebe spürst. Reine Liebe für dich. Und wenn du möchtest, kannst du noch anfügen, Heiliger Geist, heile du meine Idee von Sünde in meinem Geist. Und spüre den Frieden, der sich jetzt in dir ausbreitet. Du hast den Weg zur Freiheit eingeschlagen und jetzt bringt dir der heutige Gedanke Flügel, um dich zu beschwingen und Hoffnung, immer schneller zum Ziel des Friedens zu gelangen, das auf dich wartet. Danke für deine Hingabe. Wiederhole so oft du kannst die heutige Übung. Hab einen großartigen Tag. Tag.